Hallo, mein Name ist Pia. Ich habe heute mal meine Matte ausgebreitet und dir ein Pilates-Programm mitgebracht, gezielt auf die Körpermitte heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Stell dich hier Hüftgelenksbreit auf, lass die Knie weichen und die Schultern einmal zurück. Und lass die Schultern nach hinten kreisen. Schultern nach hinten kreisen, Knie weich. Atme bewusst tief durch die Nase ein und weichel den Mund wieder aus. Tief durch die Nase einatmen und weit durch den Mund wieder aus. Und dann wirst du in deiner Bewegung etwas größer, nimm den Ellbogen dazu. Und dann noch die Knie weich lassen. Und dann wirst du in deiner Bewegung noch etwas gewöhnen. Größer, nimm den ganzen Arm dazu. Immer noch tief durch die Nase ein und weit durch den Mund wieder ausatmen. Und eine Umdrehung hier noch. Sehr gut. Dann stelle dich etwas breiter auf. Fang an von einer Seite zur anderen zu tappen und nimm die Arme mal mit dazu. Ganz leicht noch. Und immer noch tief durch die Nase ein und weit durch den Mund wieder ausatmen. Und dann öffnen wir hier noch einen Arm zur Seite. Auf und zu. Immer dieser eine Arm geht auf und zu. Immer noch tief durch die Nase ein und weit durch den Mund wieder ausatmen. Und dann wechseln wir die Seite. Die Seite der andere Arm geht auf und zu. Auf und schließen. Und immer noch tief durch die Nase ein und weit durch den Mund wieder ausatmen. Und dann, dass beide Arme hier wieder schwingen. Und dann wird in deiner Bewegung langsam kleiner. Du kommst zum Stehen. Und komm zurück in deinen Hüftgelenkbreitenstand. Mit dem Einatmen, Arme weit nach oben. Ausatmen, schwingt tief. Einatmen, kommt wieder nach oben. Und ausatmen, schwingt tief. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Schwingt noch einmal tief. Und dann öffne die Arme über die Seite. Und dann zieh mit dem Einatmen die Schultern weit zu den Ohren. Und ausatmen, dass sie schwer fallen. Weit mit dem Einatmen zu den Ohren ziehen. Und ausatmen, schwer fallen. Einmal noch so. Sehr gut. Alles abgelegt von heute. Dann kommen wir auch die Matte nach unten. Und dann kommen wir auch die Hüftgelenkbreit wieder auf. Lass die Schultern tief. Und dann atmest du ein. Bauchdecke hebt. Ausatmen. Powerhouse fest aktiviert. Bauchnabel weit zur Wirbelsäule. Beckenboden nach innen oben. Mit dem Einatmen die Arme über vorne auf. Schulterhöhe bringen. Ausatmen, halten, nach unten abrollen. Einatmen, hier halten. Und ausatmen, wieder nach oben kommen. Einatmen, zieh die Wirbelsäule hier lang. Ausatmen, tief. Einatmen, hält. Und ausatmen, wieder nach oben. Einatmen, Wirbelsäule hier aufrichten. Ausatmen, tief. Einatmen, hält. Und ausatmen, wieder nach oben kommen. Einatmen, richte dich wieder auf. Ausatmen, tief. Einatmen, hält. Ausatmen. Einatmen, zieh dich lang. Ausatmen, tief. Einatmen, hält. Und ausatmen. Zweimal noch. Einatmen, zieh dich lang. Ausatmen, tief. Einatmen, hält. Und ausatmen, komm wieder hoch. Einatmen, zieh dich lang. Ausatmen, komm tief. Einatmen, hält. Und ausatmen, hoch. Einmal die Spannung lösen. Denk an die Atmung immer durch die Nase ein, durch den Mund. Wieder ausatmen. Füße bleiben, Hüftgelenkbein aufgestellt. Einatmen, Bauchstärke hebt. Ausatmen, Powerhouse wieder fest aktiviert. Den Bauch, Nase zur Wirbelsäule, Beckenboden in den Oben. Und mit dem Einatmen, die Arme wieder über vorne auf Schulterhöhe bringen. Ausatmen, ganz nach unten abrollen. Einatmen, die Arme über den Kopf führen. Und ausatmen, wieder nach oben rollen. Powerhouse immer fest aktiviert. Einatmen, zieh dich lang. Ausatmen, rollen nach unten ab. Einatmen, bring die Arme über den Kopf. Und ausatmen, komm wieder nach oben. Einatmen, zieh dich lang. Ausatmen, tief. Einatmen, bring die Arme über den Kopf. Und ausatmen, komm wieder nach oben. Einatmen, zieh dich wieder in die Länge. Ausatmen, komm nach unten, tief. Einatmen, Arme über den Kopf führen. Ausatmen, wieder nach oben kommen. Wiederholen wir noch zweimal. Einatmen, zieh dich lang. Ausatmen, tief. Denk ans Powerhouse, halte die Spannung fest. Einatmen, Arme über den Kopf. Ausatmen, komm wieder nach oben. Noch einmal, zieh dich lang. Ausatmen, komm tief. Einatmen, bring die Arme über den Kopf. Und ausatmen, komm wieder nach oben. Sehr gut. Einmal die Spannung lösen. Passt du in die Kniekehlen, atme ein. Mit dem Ausatmen, komm nach unten, lege ab. Leg die Arme entspannt, nehm dir ab. Einmal tief ein und wieder ausatmen. Und dann atmest du ein, Bauchdecke hebt. Ausatmen, Powerhouse wird fest aktiviert. Mit dem Einatmen, die Beine lang nach oben ausstrecken. Ausatmen, Oberkörper kommt hoch, Kinn weit zerbrücken. Einatmen, Arme kommen nach oben. Ausatmen, fünfmal pumpen. Ausatmen, einatmen, einatmen. Ausatmen, und pumpen. Einatmen. Denk an die Spannung vom Powerhouse. Einatmen, hoch. Noch vier Stück. Noch dreimal. Noch zwei. Noch ein letztes Mal. Und dann lege als erstes den Kopf ab. Stelle nacheinander beide Füße auf. Und die Spannung gelöst. Atme tief in den Bauch hinein ein. Und weih wieder aus. Und dann atmest du wieder ein, Bauchdecke hebt. Ausatmen, Powerhouse fest aktiviert zu dem Bauch. Nabel weit zur Wirbelsäule, Beckenboden innen oben. Mit dem Einatmen, bring die Beine in die Tischposition. Gestreckte Fußspitze. Ausatmen, Oberkörper hebt an. Kinn wieder weit zur Brust. Einatmen, beide Hände ans rechte Knie. Ausatmen, linkes Bein schiebt weg. Einatmen, hier halten. Ausatmen, Beine wechseln. Einatmen, unten hält. Ausatmen, Beine wechseln. Und nicht das Knie zu dir ranziehen. Ausatmen, wechseln. Einatmen, hält. Ausatmen, wechseln. Einatmen, hält. Powerhouse nicht vergessen, halte die Spannung. Noch zweimal jede Seite. Einatmen, halten. Ausatmen, Beine wechseln. Einatmen, hält. Ausatmen, wechseln. Und dann lege als erstes wieder den Kopf ab. Nacheinander beide Füße aufstellen. Und die Spannung lösen. Und dann atmen, wieder ein. Bauchdecke hebt. Ausatmen, Powerhouse wieder fest aktiviert. Mit dem Einatmen, Beine lang nach oben ausstrecken. Ausatmen, Oberkörper wieder anheben. Kinn weit zur Brust. Einatmen, rechtes Bein zu dir hin. Und linkes Bein wegschieben. Ausatmen, wechseln. Einatmen, halten. Ausatmen, wechseln. Einatmen, hält. Ausatmen, wechseln. Einatmen, halten. Ausatmen, wechseln. Powerhouse Spannung nicht verlieren. Und immer durch die Nase ein- und durch den Mund wieder ausatmen. Auch hier jede Seite noch zweimal. Einatmen, hält. Ausatmen, Beine wechseln. Einatmen, halten. Ausatmen, wechseln. Und dann lege als erstes wieder den Kopf ab. Nacheinander beide Füße aufstellen. Und die Spannung lösen. Und dann atmest du wieder ein Bauchdecke hebt. Ausatmen, Powerhouse fest aktiviert. Mit dem Einatmen, Beine in die Tischposition. Gestreckte Fußspitze. Ausatmen, Oberkörper hebt an, Kinn zur Brust. Einatmen, nimm die Hände hinter den Kopf. Ausatmen, rechter Ellbogen zum linken Knie. Rechtes Bein schiebt weg. Einatmen, zur Mitte zurück. Ausatmen, Seitenwechseln. Einatmen, Mitte. Ausatmen, Dreh auf. Einatmen, Mitte. Ausatmen, Dreh auf. Einatmen, Mitte. Ausatmen, aufdrehen. Powerhouse ganz fest aktiviert. Einatmen, Mitte. Und ausatmen, Dreh auf. Jede Seite noch zweimal. Und dann als erstes wieder den Kopf ablegen. Nacheinander beide Füße aufstellen. Die Arme lang zur Seite ausstrecken. Atme ein mit dem Ausatmen. Lass die Knie nach rechts sinken. Dein Blick wandert nach links. Einfach hier halten und in deinem Atemtempo ganz normal weiteratmen. Und komm mit der nächsten Einatmung zur Mitte. Ausatmen, lass die Knie nach links sinken. Dein Blick wandert nach rechts. Und dann komm mit der nächsten Einatmung wieder zur Mitte. Und ich bedanke mich bei dir, dass du mitgemacht hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Mit dem ich mal hierhin sage.